Und nun zum Video. Nachdem wir vorbei an Hamburg Kiel holen gegangen sind und über Stock und Stein gefahren sind, gelangten wir mit einem Wisch weder nach Kalifornien noch nach Brasilien zum Schönberger Strand. Und das Ganze nach 6,5 Stunden. Ja, wunderschön, muss man einfach mal sagen. Und wir hatten da ab und zu mal schon stockenden Verkehr, also fast stauf, zähfließend, wie ich es gerne bezeichne. Und ihr seid jetzt mittendrin im Urlaubsblog, den ich ja angekündigt hatte. Ne, na gut, für mich ist es hatte, für euch ist es... Also ich weiß, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Es ist... Ich hatte vorher schon eine Minecraft-Aufnahme gemacht. Also gestern hatte ich schon eine Minecraft-Aufnahme. Heute ist ja Montag, wir kamen am Samstag zurück. Und... Ja, wunderschön. Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Es ist doch immer besser zu Hause zu sein als im Urlaub. Ich denke, das könnt ihr durchaus verstehen. Ja, und ich habe hier mal einen kleinen Zettel gemacht, hier so... So, damit es auch jeder mal hört. Und habe mir da aufgeschrieben, wie ich das hier so durchgehen will. Also, es wird hier nicht von Tag für Tag so ein... Ich werde hier nicht Tag für Tag durchgehen. Jeden einzelnen Tag. Weil das ist... Einmal kann ich mich eh nicht mehr daran erinnern. Und dann ist es ja auch teilweise einfach zu privat. Ich will es einfach nur mal so ein paar witzige Begebenheiten, sag ich mal sagen. Ja, und da arbeite ich hier mal den Zettel ab. Ja, also, als wir da angekommen sind, war Sonnenschein, das muss man sagen. Es war... Bei uns war ja Kackwetter. Und wir haben auch da von einer Freundin, Bekannten, was auch immer, da erfahren, dass die letzten Wochen richtig, richtig scheiße waren dort in der Ostsee. Aber sowas von Kacke, das kann man gar nicht sagen. Also, Regen und kalt und so. Und das hat man auch gesehen, dann kamen nämlich die ganzen Anwohner da von den Kreisen in der Umgebung und kamen da alle an die Ostsee geströmt. Also waren die Strände echt knackvoll zumindest, die in der Nähe von den Hauptstränden waren. Und die Hauptstrände natürlich auch. Und wir hatten das Glück, dass wir uns Fahrräder mitgenommen haben und konnten dadurch einfach mal so eineinhalb Kilometer weit fahren, hatten Strand dann fast immer für uns. Besonders in der letzten Woche. Aber die letzte Woche kommt ja noch. Ja, also das ist das zweite Mal, dass wir dort an den Ort fahren. Das letzte... In den letzten Sommer waren wir ja auch da, bloß da hatte ich ja noch... hatte ich zwar schon meinen Kanal, aber noch nicht... ähm... ne, hatte ich noch nicht mit dem Display angefangen und hätte ich auch gar nicht gemacht. So ein Urlaubsvlog oder... äh, nicht Urlaubsvlog, das wäre ja ein Videoblog. Das ist es ja nicht, sondern es ist ein Logbuch. Ja. Und... äh, die Wohnung kannten wir also schon. Das ist eine Wohnung so an einer Straßenkreuzung. Das hört sich erstmal schlecht an und in der Nacht ist es auch relativ schlecht, weil man... man hört wirklich jedes Auto, was da vorbeikommt. Aber es ist auch sehr witzig, weil wir haben dort einen Balkon dran, von dem wir aus die gesamte Kreuzung dort, äh, beobachten können. Und... die eine Straße führt zum Strand, dort wo wir mal langfahren, die anderen Straßen führen danach... äh... für die, die da vielleicht irgendwo mal in der Nähe waren, die... die... Ortsnander irgendwas sagen, führt nach Liedchenburg und die andere Straße führt dann nach Neuschönberg, also Richtung Schönberg und Kiel. Ja. Also wir waren da praktisch relativ in der Nähe von der Kieler Förde. Wie man beim... immer vorher bei den Flachwitz-Kleinvideo da auch gesehen hat. Die Orte sind da wirklich fast in der Nähe. Also das kann man... kann man locker... in einer halben Tagestour erreichen. Da... Also die ganzen Orte Stein, Wisch und... was weiß ich, wie die alle da hießen. Äh... Ja... sehr witzig. Und Brasilien und Kalifornien sind auch... Orte, sag ich mal... Brasilien ist mehr ein Strand, Kalifornien ist so eine kleine... Ferienwohnungsort. Also da sind eigentlich nur Ferienwohnungen. Dementsprechend sind da auch viele Urlauber. Und die sind auch meistens knackvoll. Das sind alles einzelstehende Häuser. Ja, die Wohnung an sich... ist eigentlich... ganz... war eigentlich ganz okay. Also... Es ist immer das Problem bei einem Ostseeurlaub. Man schleppt immer den Sand mit rein. Also ich hab jetzt noch teilweise irgendwelche Sachen, die... wo immer noch Sand drin ist. Und die muss man einfach mal durchwaschen und so. Also... Ja... Aber... Ach, ein, zwei Wochen ist das dann auch alles weg. Dann siehst du auch nichts mehr. Keine Nachfolgen mehr. Ja, und... Wir hatten dort alle unsere einzelnen Betten. Das war... Hatten wir auch so ein... Da eine eigene Wohnung. Wie gesagt, Küche, Bad, zwei Schlafzimmer. Und dann oben noch so ein Wohnzimmer mit Fernseher. Auch wenn es eine Röhre war, aber... Für Olympia hat es ja gereicht. Ja... Was kann man noch sagen? Die Betten waren... Tja, total Schrott irgendwie. Es war alles... War nicht alt oder so. Es war einfach nur ungemütlich. Die Betten, Matratzen waren total hart. Und da muss man keinen... Ist man kein Weicher oder so. Es sind einfach hart. Da kannst du nicht drauf schlafen. Und wenn... Beim... Wenn ich mich bei den Kissen unten hinlege, also an den unseren Rand der Kissen, komme ich mit der Hacke an die Bettkante. Das ist so schlau gemacht, weil noch so ein Überhang ist, nämlich am Ende vom Bett. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Kleinste. Und das ist immer schon das Problem. Aber warum muss man denn so ein halbes Meter, so einen halben Meter Kissen machen? Und nach Informationen von meinem Vati waren das... Ich glaube, sind das so eine 80x80 Zentimeter Kissen. Wer denkt sich so einen Schrott aus? Vor allen Dingen waren die so fett, da liegt man, glaube ich, so ein... Keine Ahnung, so 30 Zentimeter in der Luft, also über der Matratze, wenn man sich auf die Kissen legt. Und wenn ich mich mit dem Kopf so hinlege, dass ich mit den Füßen nicht mehr an die untere Bettkante komme, dann bin ich mit... Dann endet das Kissen bei meinem Bauchnabel. Super. Einfach super. Schlaue Erfindung. Außerdem kann man die Kissen auch nicht knicken. Und wenn man es geschafft hätte, dann läge man ungefähr einen halben Meter hoch. Ja. Top, muss man sagen. Ansonsten ging das eigentlich, also es waren ja 14 Tage und wir haben auch trotzdem von Tag zu Tag immer schlechter geschlafen. Ja. Soviel zu der Wohnung. Und das Wetter war wirklich in der ersten Woche, also von Montag bis Freitag super. Freitag ging es dann wieder nach unten. Und am Wochenende war es wieder scheiße. Aber richtig, da haben wir dann drinnen die Zeit verbracht. Aber da komme ich auch noch später zu. Ja, also am ersten Tag musste man erst mal das ganz Auto ausräumen, die Fahrräder runterstellen. Wir hatten ein Glück in eigenen Schuppen und so eine Art Carport, wo wir das Auto dann unterstellen konnten. Und konnten da praktisch das ganze Strandzeug dann auf die Fahrräder laden. Und konnten dann eben ganz locker dann hinfahren. Aber am ersten Tag wollten wir erst mal nur mal die Ostsee praktisch besuchen, wie man es ja so schön sagt. Ja, also mal gucken, wie der Strand so aussieht und so ein bisschen spazieren gehen. Also das Übliche eben. Und die Leute haben sich da teilweise schon fast gequetscht, zumindest an den Hauptstranden. Es flaute aber schnell ab, je weiter wir ging. Denn so toll war das Wetter auch noch nicht. Das Wasser war bestimmt noch 15, 16 Grad. War noch so ungefähr warm. Vielleicht auch 14, weiß ich nicht genau. Am zweiten Tag jedenfalls sind wir dann wirklich zum Strand gefahren mit Windschutz und dem ganzen Zeug. Und Windschutz ist ja eigentlich auch eine Art Sichtschutz. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Falls ihr das nicht kennt, ich blende jetzt ausnahmsweise mal kein Bild ein. Ich habe schon genug Bilder hier. Und Windschutz ist praktisch so, es sind einzelne kleine Holzfählchen. Die sind miteinander mit irgendeinem Stoff verbunden, völlig egal welches, meistens so ein Damast-Zeugs, was so miteinander verbunden ist. Und das steckt man so einfach in den Sand rein. Und dann hat man praktisch einen Windschutz. Dadurch kann man die Wärme genießen. Es ist man nicht die ganze Zeit vom Wind geplagt. Ist auch Sichtgeschützt, sodass man sich nicht unbedingt hier jedem offenbaren muss. Es sind ja nicht unbedingt die Leute, die sich auf die Hauptstrände knallen, sondern lieber mal alleine am Strand sind. Und wenn doch mal ein paar Leute sind, dann macht sich Windschutz echt gut. Ja, am zweiten Strand, äh, am zweiten Strand, genau. Am zweiten Tag sind wir auch baden gegangen, zumindest mein Bruder, mein Vati und ich. Aber es war schon kalt, das muss man sagen. Also wir sind reingesprungen, bin ein paar Züge geschwommen, dann wieder raus. Weil das waren 16 Grad, oder 14, ich weiß es nicht genau. Ich glaub, das waren... Ja, es waren 16. Ja, am dritten Tag waren dann 18. Und, äh, dann haben wir, dort haben wir auch Begegnungen mit dem ersten Viehzeug gemacht. Also, für das gemeine, klischeehafte Mädchen wäre der Urlaub am Strand überhaupt nichts gewesen, weil das von Tag immer zu Tag immer schlimmer wurde, eben, wie schlafender Mangel, äh, dass da hoffenweise Viecher kamen. Also es kamen gefühlt 100.000 Spinnen und, also ganz kleine, die waren nicht schlimm, aber die haben einfach genervt. Die haben schlichtweg genervt. Ich hab an einem Tag 30, 40 Spinnen totgemacht. Nur am Strand, wenn man da rumliegt. Ja. Und, äh, so ne kleinen Kamikaze-Viecher auch. Also mancher, denk ich mir so, wollen die irgendwie sterben? Ne, weil, so mal ganz primitive Logik. Wenn ich ein Zwerg bin, ein kleines Wesen, dann krabbel ich ganz bestimmt nicht auf so einen Riesen, für die Insekten wären ja das Riesen, oder irgendwelche total übermächtigen Viecher aus meiner Sicht, um, und, was hab ich da, und ziehe nichts daraus. Also kein Erfolg, kein Nutzen oder so. Und die Aussicht ist zumindest so bei 90,9%, dass man stoppt. Hm, was mach ich wohl? Genau, draufkrabbeln. Naja. Also, man muss ja nicht mal kompliziert denken. Das ist ja ganz primitive Logik. Ja. Ja. Dann ging eben so die erste, die erste Woche weiter, als das, ähm, mehr wurde immer wärmer. Dann kam auch meine Mutti dann mit rein. Und, ja, nein. Du wirst, hey. Mein Lieber. Ich dachte schon hier. Nicht in, Energie-Sparbonus fahren. Das wollte mein Computer nämlich gerade. Das geht doch nicht. Ja, tolles Winde 7. Ja, und so ging die erste, erste Woche eben weiter. Wir sind Strand, baden gegangen, und, Steine schnipsen gegangen, wie man das eben so kennt. Äh, macht das sehr viel Spaß, finde ich. Bloß, äh, muss erstmal die geeigneten Steine finden. Also, um runde, fast runde Steine zu stipsen, muss man die Dinger so, aufgefühlt, über Schallgeschwindigkeit beschleunigen und drehen. Naja. Und, äh, die Kreuzung dann, um mal wieder da hinzukommen, nicht nur vom Standort zu erzählen, die, an der Kreuzung war, auch so eine Museumseisenbahn, so eine historische Museumseisenbahn, und die wurde auch relativ stark besucht. Relativ, also, ich hätte gedacht, das wäre viel weniger, aber es wurde zumindest mehr, im Vergleich zum letzten Jahr. So. Und, an der Kreuzung, also an diesem, an dem Museum, an der Museumseisenbahn, gab es auch, äh, ein, so eine, so eine kleine Zone, vielleicht so, 10, 15 Meter lang, maximal, so eine kleine Einbuchtung, praktisch, und das war, da war, richtig gut ausgeschildert, dass es absolutes Halteverbot ist. Links und rechts, also, da kann man, darf man eigentlich nicht halten. Und wer die Straßenschilder kennt, hält da auch nicht. Aber trotzdem haben es, immer wieder, jeden Tag Leute geschafft, dort stehen zu bleiben, und, natürlich kamen dann auch solche, Kontrolleure, die haben wir auch schön beobachten können. Also haben wir dann, vor allem da auf dem Balkon saßen, und, äh, kam immer eben so ein, äh, Mann, der, dann auf seinem Roller, und hat denen dann richtig fette Knöllchen geschrieben. Und das wird nicht billig, weil im absoluten Haltverbot zu parken, boah, hm, nicht so gut, ne? Ja, und, wir haben da auch einige schöne Maschinen gesehen, also Harley Davidson, und, wenn es so richtig schön pömpelt, wie ich das gerne bezeichne, dann, ist, ist das schon richtig gut. Also, wenn so eine Harley vorbeifährt, Da, die hörste. Und da guckst du auch hin. Da kannst du auch hingucken. Und da saßen auch die entsprechenden Leute drauf. Also, so schön mit Vollbart, richtig lang und langen Haaren. Und eine Frau haben wir auch gesehen. Aber kein Bart, ne? Ja. Und da gab es auch übrigens so eine Opa ist das, glaube ich. Die ist Tosca. So, Bild einblenden. Moment, ich schrei es nur auf. 1340. Wo habe ich einen Stift? 1340, 1340, 13. 1340, Tosca. Weil ich blende das Bild ein. Ja, und es, also, meine Eltern so kennen das eigentlich mehr aus der DDR als irgendein Getränk. Ich glaube, es war ein Westgetränk. So richtig, keine Ahnung, was ist das? Schnaps oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Und es hat ja ein etwas anzügliches Bild. Also für eine Opa, für einen Opa. Nee. Ja, das habt ihr ja selber gesehen. Ja, was gibt's denn noch zu erzählen? Äh, also in der ersten Woche haben wir auch noch da in Schönberg mit dem Fahrrad, weil ich keine Sandalen hatte, zumindest die letzten Sandalen, die ich hatte, sind, glaube ich, zwei Größen zu klein. Vom letzten Jahr, ja. Äh, ich habe übrigens Schuhgröße 46, ja. 45, 46, kommt drauf an, will die Schuhe ausfallen. Wer es sich mal mit seinem eigenen vergleichen will. Wenn es dich interessiert, braucht ihr keinen Kommentar schreiben, überspringt es einfach. Oder, das hört einfach nicht zu. So, macht eure, macht eure Augen und Ohren zu und, ähm, klickt noch auf Like, Favor und Abo. Ja, dann ist das schon genug. Ja, und haben dort auch, nachdem, wir sind ja nicht nur für Sandalen da nach Schönberg gefahren, ist ja viel zu weit weg dafür. Äh, ja, faule Säcke. Und, haben dort auch natürlich Eis gegessen, das hat richtig gut geschmeckt. Und, da haben uns immer auch Engländern begegnet, beziehungsweise eine Engländerin, die mit dem Deutschen irgendwie zusammen war. Das hat, das zieht irgendwie immer die Blicke auf sich, wenn da jemand, das irgendwie Englisch spricht, so in Deutschland, ist ja überhaupt eine andere Sprache. Ja, aber das ist auch nicht so interessant. Und, äh, apropos Leute, so, an der Kreuzung konnte man auch super Leute gucken, wie man es so, ja, wie wir es so gerne bezeichnen. Weil, da liefen ja haufenweise Leute zum Strand. Ist ja so, in der Nähe, so der einzige Aufgang zum Strand. Dementsprechend, viele Leute sind da hingegangen. Da konnte man die witzigsten Leute beobachten, von irgendwelchen möchtegernen Typen, die denken, sie wären die Kings, aber nur so eine, äh, halbe Portion sind. Und, ich meine, dass man eine halbe Portion ist, das ist ja nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und es gibt dicke Leute, gibt dünne Leute, aber, dass man dann so tut, als wäre man ein Kind. Das ist das Problem. Nun ja, und, äh, da haben wir auch eine, die, äh, Perfektion eines Nerds gesehen. Und zwar, äh, rotkariertes Hemd, richtig schön fettige Haare, so mit Mittelscheitel, so eine schöne dicke Brille, äh, so eine Hose, die irgendwie bis zum Bauchnabel hängt. Das Hemd in der Hose, muss sein. Das war übrigens so eine Korthose, glaube ich, konnte ich nicht erkennen. Äh, lief mit dementsprechendem Mädel rum. Und, ja, Mensch, alles so Geschmackssache, mit wem man sich abgibt. Aber, und dann noch, ähm, ja, wie soll ich sagen, die paar Worte, die ich von ihm gehört habe, die hören sich angehört, als wäre der, äh, nie wirklich aus dem Stimmbruch rausgekommen ist. Also, noch mit relativ hoher Stimme. Ja, also, wie gesagt, das ist ja alles nicht schlimm, aber das in der Kombination ist die Perfektion eines Nerds. Und das kann eigentlich, kann eigentlich fast nur ein Informatiker sein. Oder Nerd. Oder sowas. Ja, und den haben wir auch schon öfters gesehen. Es war witzig zu beobachten. Und vor allem die Leute haben dann auch dementsprechend hoch, also, wir haben da nicht runtergestiert oder so, so einen ganz unauffälligen Blick runtergeguckt. Da haben teilweise auch Leute so, hochgeguckt, als wären wir irgendwie, ja, äh, Queen Elizabeth, oder so. Naja. Und apropos Queen Elizabeth. Ähm, äh, olympische Spiele und so, ne. Und wir waren auch, ich glaube, das war immer noch in der ersten Woche, ja, und da hat nämlich die, äh, bereits am Anfang erwähnte Freundin von da aus Kiel, nämlich gesagt, ja, da in Heikendorf läuft die, äh, Queen Elizabeth, die zwei, äh, ja, ein, also so das größte Passagierschiff oder so, weiß ich nicht genau. Und wir waren da, es war eine, ein, war ja einiges an Stück, gibt's ja keine Autobahnen oder so, und die Landstraßen verzweigen sich ja auch ewig, deswegen brauchen wir da eine Weile. Ja, waren wir da, sind dann bergrunt fast runtergesprintet, weil wir schon zu spät waren, wie wir später mitgekommen haben, wir waren zu früh da. Ja, ich fand's so toll. Ja, naja, durften wir den Berg dann wieder hochstiefeln. Wunderschön. Es war wirklich richtig steil. Also, das finde ich auch komisch, in der Ostsee ist das ja richtig steil. Also, steil, okay, das wird sich umgefallen, richtig bergig fast. Also, so viele Hügel und so. Komisch eigentlich. Müsste eigentlich flach sein. Ja, und dann, äh, so ging dann die Woche dann zu Ende, die erste Woche, und dann, die, am Wochenende war's dann wieder richtig scheiß, also am Freitag war's dann relativ kalt, und dann wurde's, äh, Samstag hat's dann in Strömen geregnet, fast den ganzen Tag, also wir konnten nicht raus. Sonntag wurde's dann wieder teilweise besser, es hat immer noch teilweise geregnet, und war kalt, aber naja. Ja, und da haben wir dann, hab ich dann die Zeit, dann den Tag verbracht mit Zockern, äh, hat ja kein Laptop mit, deswegen hab ich mein Handy genommen, und hab dann, Moment, aufschreiben, 1940, so, 1940 Spiele, hab dann Majestie, Majestie, keine Ahnung, wie man das ausspricht, für, da, hab ja ein, äh, Wave 1, ja, ist nicht das beste Handy, aber auch nicht das schlechteste, mir reicht's erstmal. Ähm, hab dann Majestie, da hab ich Majestie gespielt, ein total tolles Spiel, also wer, ich glaub, für Android gibt's das auch, also wer Badar oder Android hat, muss sich dieses Spiel holen, das ist wirklich toll, also da kann man wirklich viel Zeit mit verschwenden, und das wird auch immer schwerer, und man kann's auch mal so einstellen und so, und Dragon, Dragon's Lore, Lore, hab ich auch gespielt, das ist ein, eigentlich an sich simples Spiel, aber total schwer, weil man so unter Zeitdruck steht teilweise, äh, der verzweifelste, aber man schafft das alles, also ich hab's fast bis zum Schluss geschafft. Ja, und, auch übrigens, während der Hinfahrt hab ich ja, äh, mal die Playlist da durchgehört, aber nur die MP3s, weil MIDI spielt mein Handy irgendwie nicht ab, also gut, ich spiel's ab, aber in saumiserabler Qualität, so eben, so wie so 8-Bit-Töne oder so, oder 16-Bit, auf jeden Fall schlecht. Nein, nicht schon wieder in Energiesparmodus gehen, mein Lieber. Ja, und dann ging das Wochenende auch vorbei, und dann sind wir wieder in die zweite Woche, war dann wieder super tolles Wetter, und wahnsinnig viel Fehlzeug, also irgendwie sind da noch mehr Spinnen so rausgekrabbelt, man war nur am Totschlagen von den Viechern am Strand, weil, wenn man so mal liest, ich hab übrigens Säulen der Erde gelesen, für hier, für alle, die sich, egal welches Genre außer Anime, äh, mal lesen, also Anime, Genre, dieses ganze Manga, die, für die, die nur sowas lesen, meine ich, ja, also nicht falsch verstehen, ähm, die, den kann ich wirklich, äh, Säulen der Erde empfehlen und Tore der Welt von Ken Follett. Also, so ein geniales Buch, werden mich kaum wiedererkennen, na gut, also so viel verändern hab ich mich auch nicht, aber ich bin im Vergleich zu, vorm Urlaub schon richtig dunkelbraun gebrannt. Also, die fremde Leute würden es als, als gesunde Hautfarbe bezeichnen. ja, und, ja, und, ja, da haben, ganz einfach, weil ich nichts besseres zu tun hatte, und weil, weil es einfach immer noch Spaß macht, hab ich dann auch irgendwie, haben wir irgendeine Schippe genommen, so eine Eisenschippe, und, also so eine kleine Gartenschippe oder so, und haben dann irgendwas gebaut. So, also wir hatten dann schon unseren eigenen Stranz, in Anführungsstricherchen, weil das, die Leute haben sich da irgendwie nicht mehr hingetraut, es waren, selbst an den Hauptstränden, waren kaum noch Leute. Selbst bei bestem Wetter waren kaum noch Leute, und wir hatten dann unseren Strand völlig für uns allein. War niemand. Und, ähm, ja, war, war auf jeden Fall sehr schön, und mein Bruder hat dann so eine Steinbrug gebaut, okay, muss ich mir jetzt aufschreiben, 23 äh, SB, so, ähm, okay, SB hört sich falsch an, ähm, also dann haben wir eine Sandburg und Steinburg gebaut, er hat eine Steinburg gebaut, also das wird immer, äh, Steinburg wie kindisch, aber man kann nie alt genug dafür sein. Das macht einfach immer noch Spaß. Die meisten finden das bloß, äh, uncool, und, äh, 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 äh. Ja, und so haben wir das dann so gebaut, ich werde die Bilder irgendwann mal so in der Zeit anblenden, vielleicht die Minute lang, wo ich jetzt drüber labere, und die Steinburg hat also haufenweise Steine so genommen, die dann so rumlagen, am Strand und im Wasser, und hat das dann aufgeschüttet, also es war eine richtige Arbeit, ich hab da auch teilweise mitgeholfen, weil das Wasser eigentlich nicht tiefer, aber da erstmal die Steine so hoch schütten, und ich hab dann meine Sandburg gebaut, mit ein paar Kanälen, praktisch also nicht irgendwelche normalen Sandbürgchen da, sondern hab nur versucht, dann irgendwie das Wasser da reinzuleiten, irgendwie rauszuleiten, das Bild, was ich eingeblendet habe, werde tuten tun, äh, ist übrigens nach dem Regen, also wir haben da noch einen Regenschauer mit erlebt, deswegen ist das so ein bisschen unordentlich. ansonsten, äh, aber das Wasser kam nicht weit, also nur bis zum ersten Loch, glaube ich, kam das, aber nur, weil ich das bis zum Meeresspiegel runtergebaut habe, weil wir hatten kaum noch Wind, und dementsprechend gut war das für die, also war das perfekte Schnipswetter, Steine schnipsen, meine ich, äh, weil das auch, ja, es waren haufenweise Steine, also als wir da an den Strand kamen, nur so einen, nur so einen ganz kleinen, so einen relativ größeren, aber ganz flachen Steine, und die haben, waren perfekt zum Schnipsen. Ja, und, ähm, die Sand, zurück zum Thema, die Sandburg, äh, ich weiß nicht, wie lange die noch durchgehalten hat, aber so, sobald da mal ein bisschen Wind vom Meer kam, wäre das sowieso weg gewesen, weil das Wasser so niedrig stand, man musste ewig reinlaufen, ehe man da irgendwie mal auf, äh, Schulterhöhe ist. Aber bis dahin ist man entweder schon erfroren, oder man hat einfach, oder man ist einfach, einfach Zähne zusammenbeißen und dann durch. Ja. Und zu der Steinburg haben, als wir da an der Steinburg gebaut haben, kam dann so ein älteres Ehepaar rum, der hat dann, äh, so gemeint, kennen Sie, Saint, äh, Mount, Saint, äh, nee, Saint-Mont-Michel, oder keine Ahnung, wie das ausspricht, auf Englisch würde es Saint-Mont-Michael heißen, oder auf Deutsch Sankt, Sankt, Berg, Michael, und das habe ich jetzt eingeblendet, mit der Steinburg, also so wie die Steinburg aussah, auf Seed, und wie Saint, äh, Saint-Michael aussah, ich sag's einfach mal so, weil's einfach, einfach auszusprechen ist, ich mache kein Französisch, nein, und, ähm, ja, es sind etwas kitschige Bilder, das, das Bild, wo das wieder normal ist, sieht man's ja normal, und das war eigentlich ne Insel, die total unter Wasser stand, bloß dadurch, dass die da irgendwie nen Parkplatz angelegt haben, um die Insel, ist das Ganze versandet, also man musste erst mal das Ganze hinmachen, es ist ja eh relativ flach, es ist ja, Watt, dort, nicht das, norddeutsche Wattenmeer, in der Insel North Sea, sondern, äh, ja, einfach französisches Watt, sag ich mal, ja, das ist weich, und, das ist praktisch so ne, so ein Berg eben, künstlich aufgeschüttet, um 1100 oder so, soll das gewesen sein, oder ist das, war das, und, das, ist echt verrückt, also, da ist so ne, praktisch ein Dorf, mit Wald drauf, und, wo, und wo ein Kloster draufsteht, wo ne Kirche drauf ist, seht ihr ja, könnt ihr auch mal googeln, das sieht echt verrückt aus, und, da frage ich, dementsprechend frage ich mich, wie das ältere Ehepaar da drauf kam, dass es wie St. Michael aussah, äh, ja, ja, okay, dann, das waren nämlich die letzten schon Tage schon, dann, Rückreise war, so ziemlich ohne Probleme, äh, also, wir hatten eigentlich nur mal kurz stockenden Verkehr, ansonsten aber nix, und, ich hab während der Fahrt dann auch die Playlist weiter gehört, und erst, kurz vor, und bevor wir zu Hause waren, hatte ich die letzten Titel durchgespielt, also nur von den MP3s, ja, nicht mal die längeren Midis oder so, und das ist, würde schon was heißen, ja, achso, übrigens, in der, ich hab's nicht auf dem Zettel aufgeschrieben, hab ich schon vergessen, und da haben wir nämlich ne halbe Stunde, Block gemacht, ist auch schön, ne, eigentlich schon, ne, eigentlich schon länger, ja, und, äh, äh, in so Mitte der letzten Woche hat mein Bruder dann so sich ein SNES-Emulator auf einen seiner Laptops gezogen, und, äh, haben dann Luvia gezockt, das war so herrlich, das ist so schön, und er konnte teilweise die Melodien noch mitpfeifen, äh, mir kam sie nur bekannt vor, obwohl er das vielleicht das letzte Mal vor zehn Jahren gespielt hat, Luvia, und konnte trotzdem noch mitpfeifen, und er ist wirklich nicht der Zocker, das, da hat er mich mit beeindruckt, das, das ist verrückt, ja, ja, und jetzt bin ich wieder zu Hause, und jetzt sind wir wieder seit Samstag zu Hause, seit Samstag Nachmittag, und Minecraft 3 ist draußen und so, ja, also, überspringt einfach ne halbe Stunde, das wird ein Spaß mit dem Hochladen, äh, ja, also von jeder neuen Aufnahme, die ich nach dem Urlaub aufgenommen habe, äh, wird das hier erscheinen, also überspringt einfach ne halbe Stunde, und dann seht ihr das schon. Gut, das war's soweit mit dem Log, ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch vielleicht ein bisschen interessiert, und, scheiße jetzt, bevor ich es vergesse, ich werde das wahrscheinlich mit, mit der Tosca einplanen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall zum Schluss nochmal, äh, es gab so eine Seebrücke, die seht ihr, seht ihr auch bei Google Maps, wenn ihr das Schönberger Strand eingibt, gibt, und diese Seebrücke, da steht nämlich, äh, zulässiges, zulässiges Gesamtgewicht, 300 Kilo pro Quadratmeter, und das hat für viele Leute dann nicht, zugetroffen, also die müssten da im Abstand von 2 Meter gehen, ist Scherz, ich weiß, aber, da, es waren wirklich einige Wale, sind da rumgelaufen, ich, ich weiß, Mensch, jeder macht Witze über andere Gruppen, es ist, es ist kein Rassismus, also, gut, äh, schaltet ein, dann bei den anderen Videos, überspringt das meinetwegen, ist mir scheißegal, ihr habt's aufgerufen, danke dafür, äh, reißt euch einen Daumen ab, oder, macht Daumen hoch, und, keine Ahnung, es würde mich jedenfalls freuen, wenn ich nochmal Resonanz bekommen würde, in Form von Kommentaren, und vielleicht auch Abos, Joach, meinetwegen, lasst ein Abo da, lasst ein Favo da, ist mir scheißegal, äh, ja, also bis dann, bis zum nächsten Video, oder bis, nicht zum nächsten Video, hm, wir werden's sehen, also bis dann Leute, und, haut rein, und, ciao, wow, Guten Abend, ihr Herrschaften, und, willkommen zurück, bei Emperor, nicht auf Stop drücken, nicht Trottelchen, und, da muss ich glatt mal meine Katze reinlassen, wunderschön, denn, die hat's auch drauf, äh, wenn die hier rein will, dann kann die noch eine halbe Stunde danach, immer noch kratzen, so lange, bis ich's aufgebe, und ich muss, hab grad wieder mitbekommen, äh, dass ich, Sound, okay, w-w-was, fäh-, höh-, dreiköpfiger Hund, hä, was zum, schicksalbäne innerhalb von vier Monaten, fünf lagen, waren Gefäße für meine fäße, jurie, zu Ehren von Nuwa, ich, Mo y-u-uZi, habe gesprochen, fünf lagen, waren Gefäße, vier hundert Zeit, so auf der Lung, öh, kleine frage wo soll ich das herbekommen anjangen methode wäre jetzt gebrochen für einen angang moment anjangen und langwaren mitarbeiter sehr hoch okay das haben wir schon das haben wir auch sehr hoch so was ich sagen würde er also meine katze kann ich ewig kratzen die gibt nicht auf so viel kann ich sagen und gaben gab nämlich auch kratten zu ein bisschen stress geschwindigkeit 50 prozent passt denn noch nur vier ja dann du nicht mehr er gab nämlich auch ein bisschen stress denn gerade haben haben habe ich meine katze reingelassen zu also vorher besser gesagt nicht gerade und wir haben nicht gesehen dass sie dass sie noch eine maus in der hand hatte in maul hatte nur eine hand weil die auch total hände haben und so 1 2 3 4 5 ja danke und dann wieder kein einkauf und dann da kommen lagere lagere dankeschön und logie war das ne so kann es losgeschickt kann es nichts sagen wir hatten noch ein monat zeit okay ja und die hatte hatte maus in der mund haben auch das erst im maul ja fast egal und haben das aber erst zu spät gesehen und dann ist sie da reingerannt dann ganzen kannst du kannst du natürlich nicht schlagen weil sie eine maus gefangen ist natürlich instant dingt insta tingt und moment zufrieden okay und um mal zum punkt zu kommen ja und da hat die maus noch fallen lassen und ist der weggekrabbelt so unter hat sich von der decke verzogen es war auch super nun ja auch kein drama aber juli schätzt sie mehr respektvoll das ist gut produziert lag war zu produzieren lag waren wozu wollen wir das von mir haben die brauchen salz und reis dumm sind die denn ja und wie gesagt gab es so ein bisschen tamtam und so aber und dann hat man hat sich die maus tatsächlich an der decke versteckt aber nicht und der wo meine katze das hingelegt hat sondern die decke drüber wo was überhaupt nicht gedacht hätten naja aber die katze einfach warum verspreche ich mich denn so oft und einmal die maus einfach raus gesetzt ja kein problem kein drama er ist noch im grünen bereich so wir haben nix von wir haben nur einfach mehr hammer wir können auch gar nicht mehr haben oder soja bohnen weizen hörsel holen sagen wir nicht dumm das soll meine hohen müde sein ist doch viel näher dran ach moment das habe ich ja so gemacht stimmt dies habe ihr ja absichtlich so gemacht natürlich ist die näher dran aber die liefern das erstmal dahin ja ok ok da brauchen wir noch dann wenn man ein paar arbeit damit noch dazu bekommen wir brauchen wir 22 ich glaube da muss ich noch hier irgendwo mal kommt 15 kommen da müssen mehr mit arbeiten los hop 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 die regel kann man weg machen damit ich mir alles nicht mehr auf das andere konzentrieren können so dann können weil die müssen sich irgendwie da mal darauf konzentrieren sagen wieso entwickeln die sich runter verwirrung egal ich habe doch keine anderen wohnungen ich bin auf der weiterreise aber ich komme mit sicherheit wieder um zu handeln schön vernachlässigt nein wir fahren ja letztigend ist auch fröhlich 26 arbeitslose das ist auch schön kann man das auch wieder aktiv machen und helfen die nämlich allesamt dort mit das freut mich es ist ja benachteiligt weizen dann machen wir da drei weitere weizenversorgung das war jetzt sieht das schon besser aus für weizen als soja bohne nicht mehr so übervorteilt das gleiche können wir hier machen nochmal zwei weizenfelder hin und dann sieht das ganze schon relativ gleich aus so mehr auspegeln müssen wir nicht das wäre nur fitzelkram den wir nicht brauchen so wir müssen nahrung nee wir müssen nicht nahrung importieren wir müssen sich nur ins zeug legen exportiert irgendwer also so keine hörse aber hoher ernten wir gleich das ist schön oder beziehungsweise wird er wird gerade geerntet So, ich muss aufpassen, dass mir die Verkäufer mir das nicht wegschnappen. Sagt man, es sind jetzt vollends verblödet. So, wer, Herrn, dann? Ja, Punkt, weg damit. Okay, dann müssen wir eben holen machen, mir auch scheißegal. Weil das ist die Anscheinung, die da dran ist. Aber warum? Warum machen die das? Ach komm, Leute, ich lasse das so. Ich lasse das einfach so und fertig. Die werden schon sehen, wie wir sie es kriegen. Die haben, müssten jetzt nämlich Fahrt haben, ne? Ja, das kauft doch keiner. So, wir müssen auch mal wieder die verehren. Mensch, wie viel Holz produzieren denn? Kauft irgendwer Holz? Holz, Holz, Holz. Anjang. Oh, Anjang kauft Holz. Das ist sehr schön. So, Anjang haben wir ja noch. Verkauf Holz 12. Vielleicht. Lilula. Wir brauchen kein Angreifen, wir können nur mal die hier machen. So, das kann man aktivieren, das kann man aktivieren. Die klauen ja nicht viele Arbeitskräfte. Nee, nee. Dem ist ja nicht so. Mensch, holt euch doch mal. Dann müssen wir eben importieren, die jetzt importieren. Hallo? Ja, ich will doch. Hallo? Ach, wieder das schöne alte Problem, ja? Hä? Hm. Äh. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Und hat ja noch alles soweit geklappt. Äh. Das ist alles geahndet, das müsste... Und? Oh, so, ja. Ja. Okay. Hier haben wir das auch so. Bin nämlich der Mitarbeiter, was? Zwei. Und? Oh, das ist doch ein Kräuterkundiger. Sind die zu blöd zum Gehen, oder wie? Das kann doch nicht wahr sein. Wie mache ich eben hier noch einen hin? Komm, die entwickelt sich doch gerade weiter. Oh, das ganze Viertel ist da benachteiligt. Wahrscheinlich läuft der dann nicht so oft rum. So. Oh, die trifft ein. Nee, du kommst dann wieder zurück. Ich brauch dich nicht. Das haben wir auch schon soweit aktiviert. Das ist sehr schön. Wir brauchen eigentlich gar nicht so viel. Das kann man zurücksetzen. Wir brauchen mehr Arbeit. Ach, Mensch, was mach ich da? Ich muss mich mal mehr ums Monument kümmern. Aber was ich toll finde, dass die Arbeiter sofort zugeteilt werden. Also, dass nicht so wie Herr Pharao, dass sie erst mal noch 50 Jahre rumlaufen müssen, bis sie dann auf ein Haus treffen, wo noch die Arbeitskräfte noch nicht zugeteilt sind, sondern die nehmen sich einfach überall die Arbeitskräfte her. Das finde ich richtig schön. Deswegen ist Pharao nämlich auch so verdammt schwer, weil es so schwer ist, da mal an Arbeitskräfte zu kommen. Und die entwickeln sich auch schon beim kleinsten bisschen wieder weniger, also zurück. Und ja, Bazaar und die Versorgung. Bazaare sind ja in Deutschland so den 2x2-Dinger. Die Häuser sind ja im Normalfall 1. Ja, äh, äh, ne, nicht so schön. Ne, ich muss das nicht jetzt playen. Nicht jetzt. Auf keinen Fall. Okay, hier brauchen sie noch einige, einige Arbeiter. Oh ja. Hier können wir die mal wieder verehren. Wieso haben wir denn nichts mehr? Wir haben echt keine Nahrung. Null. Was ist das für eine Verarsche? Äh, was ich noch vorhin sagen wollte, verkaufen die denn hier irgendwie Nahrung? Lackware und Seide. Ne, äh, äh, Kufu. Verkauft. Ne, brauchen wir auch nicht. Respektvoll produzieren. ne, haben wir auch alles. Produziert. Wild. Das ist gut. Außerdem ist es eine befestigte Stadt. Produzieren. Ne, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Das können wir. Braucht Lackware. Ja, kann man nur Geld geben. Sorry. das, das, so, rennt mal los. Und jetzt können wir dann Handelsantrag. Ich hoffe, dass, äh, die bewegen sich schneller als die anderen. Die haben sich ja später losgemacht, also müssten die auch später ankommen. Du bist ein Spion. Ihr wisst alle, das geben seliger ist als nehmen. Und besonders selig macht es, mir, ich meine, eurer Regierung zu geben. Ja, und du bist schrecklich dumm. Es sind da irgendwo Wohnhäuser und können, das können die auch nicht abgeben. Ja, woher geht, dann, äh, lauf mal, lauf mal, bis seine Füße wund sind. Jetzt kriegst du sie nicht. Taolismus, ist doch eigentlich nicht gut. Ja, es ist gut. Genau. Das ist der springende Punkt. Das ist gut. Nene, No. Urgen. Ye. Ye. Ne, meine Stimme ist grad nicht so toll. Ich will nicht wieder weiter werden. ein Mitarbeiter benötigt werden. ok so wieder hingekriegt und reis und fisch importieren und zwar zwei jeweils wir brauchen